So, dann wollen wir heute mal das Tafis Katzenfutter probieren, ist getreidefrei und ja, ich hoffe den kleinen schmeckt es. Also erstmal wieder der Beutel, der ist wirklich sehr schön, das zu zu machen, mit einem recht kleines Stückchen. Na ja, gut, dann schauen wir mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ach, da kommen wir, dann geht es noch jetzt da. Ja, das ist doch gut, das ist ja, kommen wir. Ja, guck mal. So langsam, kleine Kinderchen. Langsam, langsam, langsam. Ja, sehr schön, also gutes Qualitätsfutter und mein Moses und Mara gehen richtig gut drauf ab. Langsam, hey, also das habe ich so eigentlich nur bei Leckerlis und Limis, aber dass die da so jetzt drauf abgehen, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Na ja, sehr schön, bin ich auf jeden Fall mit zufrieden, beziehungsweise die Katzen sind zufrieden damit. Wunderbar. Okay, ich wollte euch nochmal zeigen, ob es bei meinen ankommt. Eure müsst ihr halt ausprobieren, das ist ja wie bei jedem Katzenfutter so, manche Bögens, manche nicht. Okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.